Ja, servus meine Freunde, willkommen zum neuen Marvel Strike Force Video und heute ist ein bisschen anders, eigentlich ist ja der Tag, wo ich mich am meisten drauf freue, um meine Beschwörungen zu machen, wobei wir ein paar auf jeden Fall machen werden und ihr seht es auch, es sind echt viele, weil ich mittlerweile Level 65 geworden bin. Erstmal die ganze Werbung wieder wegklicken, Level 65 geworden bin, damit habe ich die Tag der Menschen freigeschaltet, nice, dachte ich mir zumindest, dann gehe ich da rein, benötigt 6 Sterne Charaktere, benötigt Klasse 13, benötigt 14, 15, gut. Gut, so war das schön dann auch schon wieder gleich verworfen, nichts für mich dabei, also selbst hier 6 Sterne Charaktere habe ich noch keinen, da muss ich mich dann mal vielleicht doch dran machen und meine, ja ich weiß es nicht, ich muss gucken, wer sich da lohnt zu farmen, aber ich bin stolz, dass ich schon manche auf 3 habe und Anti-Wennung habe ich gestern bekommen, war für die 450 Kraftkerne direkt hier vorne im Angebot, warte mal, ne hier, genau, hier im Angebot und da dachte ich mir, schlage ich zu, weil mir haben ja nur noch 3 Charts gefehlt, um ihn zu bekommen und somit sind meine Symbionten voll, also ich habe alle Symbionten, natürlich dann nur 3 Sterne, aber, ja, ist schon mal ein Anfang, vielleicht gehen wir auch mal einfach erst die Helden durch, bevor wir kurz nach dem Event-Tab gucken und den News, die gestern rauskommen und wir dann gucken, was wir aufgrund der News gestern beschwören können, so, also, ihr seht es, Filavel, Nebula, also das ganze Infinity-Watch-Team ohne Adam Warlock, den habe ich ja nicht, da baue ich dran, auch jetzt hier, die sind vom Ausrüstungslevel, gehen die hoch und hier Fila, ne, Nebula versuche ich jetzt durch die, täglich halt immer die, die, Punkt, die Charts zu sammeln, aber da kommt, droppt ja nicht jeden Tag was, aber demnächst haben wir ja wohl Nebula-Blitz, weil da gab es eine Umfrage auf Insta, ne, auf Twitter war es, wo man voten konnte und dann wird demnächst wohl ein Nebula-Blitz kommen, was sehr nice ist, was er mir bestimmt mal auf 4 Sterne, ne, dadurch kriege ich sie auf 4 Sterne spätestens, ansonsten baue ich, sind das halt die Charaktere, wo ich weiter noch baue, mittlerweile haben sich hier alle Symbionten drin versteckt, an denen ich baue kann und, ähm, ja, da müssen wir mal überlegen, ich muss mir die News durchlesen, weil es wird, es gibt ja Verschiebungen jetzt bis zum 22., glaube ich, also Einheiten, die auf anderen Plätzen oder in anderen Orbs gefunden werden und jetzt muss ich mir überlegen, ist mir Symbiote Spider-Man wichtiger zu kriegen oder wo kriegt man den dann in Zukunft her oder ist es dann Kestrel, ähm, die, äh, nämlich in die Premium Orbs wandert, also in den Platz quasi von Symbiote, ne, eigentlich von Coulson, weil, ah, vielleicht bleibt Symbiote Spider-Man auch in den Premium Orbs, na, jetzt werden wir gleich lesen, ähm, ja, wie gesagt, Kestrel, Moon Dragon hier, Moon Dragon habe ich runtergeschoben, weil, ähm, hier fehlen mir die Bücher, das dauert wahrscheinlich ewig, bis ich die habe, ähm, wenn ich sie habe, werde ich sie dann hochmachen und Kestrel, die ist jetzt schon 65 und da fehlen mir hier die Kisten fürs nächste Ausrüstungslevel, also auch das wird ein bisschen dauern. Silversurfer, auch hier fehlen mir die Extramaterialien, ähm, das dauert halt einfach ein bisschen, bis ich mich da voranmache und ihr seht's, hier sind meine 5 Sterne, Helden, Black Widow, Hulk, Thor, wird wahrscheinlich 100 Jahre dauern, Captain America, Hulk, Hawkeye, kann man doch auch nach Sterne sortieren, oder? Äh, da, Angreifer, Verblinker, Charakterkraft, Fähigkeiten, Fortschritt, Sterne ran. So, 1, 2, 3, 4, 5. Luke Cage ist auch. Gamora, genau. Die wird meine erste 6 Sterne sein. Bin ich mir relativ sicher, wollte ich gerade sagen. Aber Black Widow, die hat ja schon jetzt 160 Shards. Naja, gut, gucken wir. Elektro habe ich gestern auch 5 Sterne gemacht. Wake Iron Man. Das sind doch schon ein paar. Also tatsächlich mehr, wie ich gedacht habe. Aber ich bin halt ewig weit von 6 Sternen weg. Also vor allem von einem brauchbaren Team auf 6 Sterne. Und schade, Castwell ist halt 4 Sterne. Und auch mein... Für Reino bräuchte ich mal rote Sterne. Gucken wir, vielleicht kommt heute was. Weil rote Sterne machen wir auf jeden Fall auf. Ja, also ich sehe, ich bin positiv überrascht. Bis hierhin, Domino, geht es zu 4 Sternen. Und dann kommen die anderen. Naja, gut. Was gibt es sonst Neues? Natürlich, Rescue Blitz ist nicht so spannend. Die ganzen Blitze waren jetzt nicht so spannend. Spannender ist jetzt das Event. Das hatte ich vorhin schon kurz angefangen. Trainingslage habe ich schon gemacht. Wollte ich gerade sagen, vorhin kurz angefangen, um dass da keine Energie liegen bleibt. Dann müssen wir das jetzt zusammen machen. Ich drücke auch schnell die Story weg, guckt man sich irgendwann anders an. Das ist das Team, was ich gewählt habe. Es müssen Saboteur-Charaktere sein. Und das sind einfach meine 5 Besten. Ich hatte überlegt, Simo reinzunehmen. Aber ich will ja mit 5, genau, mit 5 Sternen abschließen. Mit 3 Sternen abschließen. So finde ich Cap eigentlich ganz gut als Tank. Dann haben wir die 2 Schwestern und nochmal Black Widow im weißen Anzug. Mal gucken, ob wir jetzt die teure Stage auf Anhieb mit 3 Sternen schaffen. Aber letztes Mal bin ich auch nur bei 1, 2 hinteren Stages nicht direkt durchgekommen. Habe es aber dann im Nachgang geschafft. Hier ist Sharon Carter. Okay, gegen Taskmaster. Und Bulger. So, gucken wir mal. Wir werden... Eigentlich hätte ich gegen Taskmaster gehen sollen. Er ist nämlich extrem nervig. Aber jetzt machen wir erstmal den kaputt. Das sollte funktionieren. Dann machen wir Buff. Dann bügelt Kestrel da in der Mitte drüber. Okay, nett. So, nächste Runde. Machen wir Taunt. Da muss ich erstmal lesen. Insofern zwei positive Effekte vom Primärziel. Können wir vielleicht auf Mysterio machen. Bin noch gebufft. Dann machen wir das hier. Wer kam dazu? Wer kam dazu? Elektro und Schocker. Ich finde Elektro relativ gefährlich, weil sie ja direkt ihren Defense down macht. Schocker braucht ja immer erstmal eine Runde, bis er gefährlich wird. Aber hier können wir einfach drüber bügeln. Überlebt alles. Auch hier bügeln wir. Was ist das hier? Greift das Primärziel an. Fügt 390 Schaden zu. Geben wir uns mal auf für die zweite Runde. Ach nee, ich dachte, es kommen noch ein paar Leute, aber wir haben sie schon alle platt gebügelt. Also genau. Ich mache mir mit dem Team relativ wenig Gedanken, dass man da nicht durchkommt. Gut, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass ein, zwei Stages halt einfach durch die Gegner schwer werden. Und, oh, guck mal, fünf Charts. Dass durch die Gegner schwer werden und es dann halt erstmal ein, zwei Anläufe dauert, um drei Sterne zu kriegen. Aber nicht, dass man sie nicht schafft. Gut, dann wollte man ja mal ganz kurz lesen, was auf dem Ding steht. Ich blende es jetzt nicht ein. Ich lese direkt von der Marvel Strike Force Seite los. Und auch nicht die allgemeinen Events zur Verschwörungstheorie. Also es gibt neue Kostüme, die wollte ich mir mal angucken. Das habe ich noch nicht gesehen. Es soll zwei klassische Kostüme geben. Sind die hier schon drin? 50k Kostümgeld. Okay. Anderes Schild finde ich nice. Wobei, da finde ich das abgenutzte Schild halt nice. Das klassische Kostüm. Okay, da finde ich die Flügelchen witzig. Aber eigentlich finde ich das Kostüm cooler. Aber hier finde ich natürlich das Schild, das ganz alte Schild geil. Überlegen wir mal, was wir machen. Aber cool ist halt wieder, es gibt jetzt ein Event und parallel läuft dieses Event. Das machen sie nicht. Ich denke, es hat sehr viel gebracht, dass Marvel Future Revolution jetzt rausgekommen ist, weil dann wissen sie, dass die Leute auch durchaus gehen. So, also Kostüme-Event startet am 20. glaube ich, steht da nicht. Jetzt aber Charakterverfügbarkeit. Also, am 21. geht Kitty Pryde in den Raubzugshop für 1400. Okay. Am 22. geht Moon Dragon in den Elite-Shop. Was ist denn der Elite-Shop? Ist das hier der Elite-Shop? Wahrscheinlich. Ja, Blitz. Geht ja dann einfach nur Gold dabei, oder? Äh, Brabkammer. Nein. Ähm, das ist Raubzug. Das ist Arena. Äh, das ist War. Ja, keine Ahnung, was das ist. Ähm. Gut. Also, geht in den Elite-Shop. Äh, der Mann, der Mann, der Mythos, die inoffizielle Legende, Agent Coulson, setzt sich ebenfalls in Bewegung, besucht ab dem 22. den Blitzshop für 500 Arena-Geld. Okay, ich spare ein bisschen Blitz, dass ich mir den holen kann. Den habe ich noch nicht. Sehr schön. Wenn man, äh, und wenn ihr euch mehr Castwell später krallen wollt, dann solltet ihr eure Aufmerksamkeit auf die Premium-Orbs richten, dann, äh, denn das Gründungsmitglied von Strike wird ab dem 20. Juli, heute ist der 17. exklusiv darin enthalten sein. Update für die wiederkehrenden Meilensteine. Äh, das sind einfach nur Orb-Fragmente, legendäres Event, kommt zurück, Black Bolt, der König der Inhumans. Ich muss ehrlich sagen, ich fand die Inhumans-Serie, äh, die läuft ja, oder lief auf Disney, äh, ist, gibt's auch noch auf Disney, die fand ich echt gut. Auch wenn die noch, noch, noch nicht im MCU drin war, aber die fand ich gut. Ähm, also noch nicht den MCU-Gedanken so richtig hatte. Äh, da hätte ich mich gefreut, wenn sie weitermachen oder was Neues machen. Jetzt gucken wir mal. Ihr werdet euch fragen, warum habe ich hier 385 Orbs und das ist ganz einfach. Ab Level 65 kamen die, äh, wie auch immer Orbs dazu, die Waffenkammer-Orbs. Ich habe da selbst noch keinen aufgemacht, also es wird jetzt so spannend zum Zugucken nicht sein. Ah, okay, die klopke ich nachher mal durch und gucke, was für Materialien ich kriege. Ähm, die haben sich halt irgendwie angesammelt. Und auch die Waffenkammer 15 Orbs, also es heißt, dass man ein paar Charakter hoch machen kann. Wie gesagt, die Meilenstein... Warte mal, der Meilenstein-2-Orb wird den Meilenstein-Orb ersetzen und neue Belohnungen beinhalten. Außerdem wird Agent Coulson durch Emma Frost als Charakter mit erhöhter Beute ersetzt. Bitte öffnet so bald wie möglich eure verbleibenden Meilenstein-Orbs, da sie in naher Zukunft aus dem Shop entfernt werden. Das steht da auch noch drin. Aber, jetzt ist die Frage... Der Raubzug, warte mal, wo steht das mit Kestrell? Und wenn ihr euch mehr Kestrell wollt, sollt ihr auf den Premium-Orb... Ah, die Meilenstein-Orbs können wir aufmachen. Aber die Meilen... Ah, und die in die Meilenstein-Orbs... Jetzt habe ich es geschnallt. Sarah, wo steht es denn jetzt? Meilen... Okay, die Meilenstein-Orbs müssen wir aufbrauchen, weil der wird ersetzt durch den Meilenstein-Orb-2. Und da kommt dann Emma Frost für Coulson rein. Und... Kestrell kommt mit großen Drops in den Premium-Orb. Das heißt, wir machen heute keine Premium-Orbs auf. Wir fangen einfach mal an, weil es nicht so kompliziert ist, mit diesen. Weil Cap, den Winter Soldier, Captain America, würde ich schon gerne auch wieder als 4 Sterne mitnehmen. Schade, Wulferin. Hätte ja ein Rhino sein können, wenigstens. Okay, Anti-Venom nehme ich auch mit. Nice. Sterio, nicht ganz so nice. Also, schon gut, aber ich will... Longshot... Komm, gib mir einen Violetten... Ein... Heeler... Okay, blau. Warte, ich gehe nochmal raus. Cap, der hier ist doch da drin. Ja, er ist hier schon abgebildet. Er ist geboostet. Wir haben ihn noch nicht einmal, noch nicht mal als 1 Stern gezogen. Rex, okay. Symbiote Spider-Man. Das läuft aber grottig heute. Haben wir schon 3 Sterne. Okay. Wie sagen die Amis immer so schön, Seed Theory. Wir machen einfach hier die Standard-Orbs erstmal auf, dass wir vielleicht bessere Drops kriegen. Auch wenn die die unspannendsten sind, das weiß ich auch. Und dann kloppen wir schnell weiter die anderen Orbs durch. Okay, nehme ich gerne. Wischen nehme ich gerne. Nicht verkehrt. Alles grün. Moonlight, nehme ich auch gerne. Komm, heute mal irgendwelche Drops, die nicht grün sind. Violett, 5 Schocker. Okay, eine Heeler, die nehme ich wieder gerne, auch wenn es immer nur einer ist. Die Schnitterin. Flop, auch gut. Dadurch, dass ich eh noch bei keinem Maxed bin, ist es meiste gut. Besser ist es halt immer, wenn ich das dann auch noch nicht hatte. Wir machen mal 2 Gold-Orbs auf, auch wenn mein Gold noch so ganz solide ist. Aber, das ist ein schöner Drop gewesen, 225, das nehme ich gerne. So, was haben wir hier? Legacy 2-Orb, den können wir auf jeden Fall aufmachen. Killmonger hätte ich gerne. Nochmal einen Schocker. Killmonger wäre sehr nah. Oh, 5 Venom is nice. Was haben wir hier? Wir haben auch 3 Legacy 1-Orb. Okay, da könnten wir ein paar Thor wäre das Beste rauszukriegen. Violett. 10 Nebula ist auch gut. Bringt mich näher an den 4. Stern. Und ein paar Elektra-Charts. Trainingsmodule. Meilenstein haben wir auf. Können wir aufmachen. Und auch... Ach Mist, ich bin ja noch groß in der Mitte. Bin ich noch groß in der Mitte vom letzten Video. Weil ich das dumme Newsportal offen hatte. So, Meilenstein-Orbs können wir aufbrauchen, weil die werden reworked. Das heißt, die muss man erst aufbrauchen. Heißt, ganz speziell würde ich mich heute über weitere Symbiote Spider-Männer freuen. Und was Gelbes an der Seite. Und Tor. Tor freue ich mich auch, dass ich den immer auf 4 Sterne kriege. Tor finde ich echt schwer zu kriegen. Habe ich nie genug Raubzuggeld sehen. Oh, nun... Okay, Sabertooth habe ich auch noch nicht. Ist halt auch nur in dem Raubzug ist es der. Aber auf jeden Fall da, wo ich nie Währung habe. Blau. Mordo. Okay. Gelbe an der Seite. Thronen. Shondu. Brauche ich jetzt auch nicht so sehr. Hier haben wir Colson. Bin ich jetzt gar nicht mehr so spannend. Du wanderst doch eh bald da, wo ich dich kaufen kann. Dann will ich lieber Symbiote Spider-Man. Oh, das ist gut. Zwei Stück fehlen wir noch. Die kann ich vielleicht heute erfahren, dass ich sie freigeschaltet habe. Ich überlege gerade wenig von, wer mir dann von Wakanda noch fehlt. Oder ob ich dann alle wenigstens freigeschaltet habe. Grün und Loki auch nett. Nochmal Venom. Nice. Carnage oder so wäre halt viel cooler. Also der, der nicht farmbar ist. Aber okay. Gut. Hallo. Zurück. Rekrutieren wollen wir nicht. Kingpin wollen wir nicht. Den Mega Orb. Den können wir auch aufmachen. Machen wir zum Schluss auf. Muss ich gucken, dass wir ihn nicht vergessen. Gold Orbs. Was haben wir denn noch? Aber den Premium Orb. Den werden wir uns aufheben. Soweit ich das richtig gelesen habe. Hier noch die vier Blitz. Orbs. Könnte ich wegen Coulson auch aufheben. Aber, naja. Kriegt man ja relativ schnell wieder. Ding. Ist das, was am unnützesten ist da drin? Domino. Ja, okay. Es gibt noch unnützigeres, sehe ich gerade. Und Spider-Man. Okidoki. Nichts, was mal aufmachen. Nichts, was mal aufmachen. Dann machen wir noch eins, zwei. Also, ich will wenigstens irgendeinen Falken kriegen. Und wenn er ein Stern ist. Blau. Ich glaube fast, dass er da nicht drin ist. So, gleich mal auf die... Okay, ein 1er Scream. Mittlere Säule. Gehen wir mal hier hin. Ist ja egal. 15%. Ich will mich verarschen. Wir haben ihn noch nicht einmal gekriegt bei 13 Orbs. R&G. Danke, jetzt ein 2er. Okay. 2 ist besser wie nichts, aber es... Ach ja. So einfach kann es gehen. Man muss sich mal beschweren, nachgucken. Und dann, zack, kriegt man die 4 Sterne, die man haben will. Super. Super. So. Mal alles gleich. So, Premium Orbs, haben wir gesagt, heben wir auf. Und weil der Castrel, die ist da schon mit winzigen Drops drin, aber mit größeren Drops reinkommt. Und dann machen wir jetzt unseren letzten Orb, den Mega Orb, auf. Das Beste, was es gibt. Der schönste Klick der Woche. Durchatmen und komm, gib mir irgendwas, was ich noch nicht habe. Und dann am besten noch 100 Charts davon. 50 Plop. Bringt ihn auf die nächste Stufe. Oh, das ist okay. Ich hätte viel lieber 50 Biest genommen. Oder hier auch Red Skull, den habe ich noch nicht. Gut. Ist jetzt nicht verkehrt, aber ist auch nicht... Okay, aber wow, heute gibt es viel zu befördern. Naja, okay, hier die komische Söldnerwache ist in Ordnung. Scream. Da hätte durchaus ein höherer Stern drin sein können, aber selbst der eine bringt mir ein klein bisschen mehr. Auch bei HeLa ein Stern hätte durchaus mehr sein können. HeLa werden wir demnächst den Fokus draufsetzen. Naja, okay, das Gewehrsoldat ist jetzt in Ordnung. Anti-Venom, zwei Sterne, sehr nice. Wie gesagt, habe ich mir gestern Abend freigeschaltet. Durch den Normal-Kauf für 450 im Angebot oder wie auch immer man sagen soll. Drex hat vier Sterne bekommt. Ihr seht, Drex habe ich noch nicht gebaut. Aber vielleicht baue ich mir den. Momentan spiele ich in der Arena Hulk halt als Tank dazu. Castwell ist ja gesperrt, also die vier Schwestern und Hulk als Tank. Als erstes hatte ich die vier Schwestern und Black Widow als Booster drin. Aber mit dem Tank läuft das eigentlich ganz gut. Okay, vier Sterne. Das ist halt schon nice auf Wolverine, aber ich spiele ihn halt nicht und ich habe auch nicht vor, ihn mir zu bauen. Okay, hier können wir direkt rekrutieren und haben direkt zwei Sterne gekriegt. Revenger Stitcher ist leider nur ein Ein-Sterne-Charakter, weil ich muss ja noch gucken. Ein Kingpin ist nice. Ich finde Kingpin cool. Ich finde, aber hier durfte er seine schwarze Jacke trägt. Mit weißer Jacke. Ich meine, den kann man ja nicht gebrauchen, aber wenn sie für den Skin mit weißer Jacke hätten, würde ich den mir erspielen. So, Nebula ist auch ein bisschen weiter nach vorne gerutscht. 64. Das ist schon cool. Das Video ist schon wieder viel zu lang. Ich sehe es. Plopp. Aber Leute, ich will gar nicht so in die Länge mehr ziehen. Ich habe alles gesagt, alles gezeigt und wir hören uns beim nächsten Mal und ich sage viel Spaß, bis dahin. Bis dahin.